Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum, in der es heute um ein wirtschaftspolitisches Thema aus meiner eigenen Heimat, aus dem Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben geht, das in den letzten Tagen große Wellen geschlagen hat, landesweit in der Berichterstattung gewesen ist. Stichwort Umfirmierung bei Airbus zu Lasten des Standortes in Donauert. Dazu hat mir der Walter aus Nördlingen geschrieben, weil er mitbekommen hat, dass Hubert Aiwanger sich jetzt als bayerischer Wirtschaftsminister in diese Debatte eingemischt hat. Und jetzt bittet mich der Walter, erklär doch mal, was das Problem ist und sag, was ihr jetzt vorhabt. Ja, Walter, das mache ich natürlich gerne, deshalb, weil ich da auch persönlich knietief involviert war. Zuletzt gemeinsam mit dem Donauwörther Oberbürgermeister, der mit seiner Stadt sozusagen der Leidtragende dessen, was da geplant ist, ist bei Hubert Aiwanger gewesen bin. Und auch deshalb, weil die Thematik einigermaßen komplex ist. Deshalb zunächst zum ersten Teil deiner Frage, Walter, worum geht es da, was ist da los? Es ist so, dass in Donauwörth, im Landkreis Donauries, in Bayerisch-Schwaben, Airbus ein großes Werk für Hubschrauber betreibt. Und dass es in diesem Werk übrigens herausragend gut läuft in diesen Tagen. Es sollen dort sogar 500 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Also das Geschäft dort brummt so richtig. Und natürlich ist dieser größte Arbeitgeber der Region darüber auch einer der wesentlichen, der wichtigsten Steuerzahler in der Region. 15 Millionen in etwa pro Jahr, Walter, fließen über dieses erfolgreiche Geschäft mit den Hubschraubern von Airbus jedes Jahr an die Stadt Donauwörth. Und darin liegt das Problem, denn genau das, Walter, soll jetzt enden, weil Airbus den Plan verfolgt, innerhalb des Konzerns zwischen den Unternehmen von Airbus umzuformieren. Aus zwei GmbHs eine zu machen und die gemeinsam zu bilanzieren, sodass Verluste auf der einen Seite und die großen Gewinne in Donauwörth, wo es sehr, sehr gut läuft, auf der anderen Seite miteinander verrechnet werden können. Und am Ende des Tages dann keine Steuerlast mehr entsteht. Ganz konkret, Walter, geht es um die Defense-in-Space-Sparte auf der einen Seite. Da läuft es derzeit nicht so gut. Die ist ziemlich defizitär und um das Hubschrauberwerk in Donauwörth, in Bayerisch-Schwaben, auf der anderen Seite, wo wie gesagt das Geschäft zum Glück im Moment brummt, wo die Mitarbeiter hervorragende Arbeit machen, wo jetzt sogar 500 neue Köpfe eingestellt werden sollen, weil es so gut läuft. Wenn das kommt, wenn also gemeinsam bilanziert wird zwischen dieser in Turbulenzen befindlichen Sparte Defense-in-Space und dieser gut laufenden Hubschrauber-Sparte, dann würde das dazu führen, dass die Verluste von Defense-in-Space verrechnet werden mit den Gewinnen der Hubschrauber-Sparte. Und dann würde in Donauwörth, obwohl da nur das Hubschrauberwerk ist, das sehr gut läuft, in Zukunft eben keine Gewerbesteuer mehr landen, dann würden die 15 Millionen, die dort als regionale Wertschöpfung erwirtschaftet werden von den Menschen, die bei Airbus zur Arbeit gehen, mit der Infrastruktur, die vor Ort dafür zur Verfügung gestellt wird, in Zukunft eben nicht mehr in den Stadtsektal von Donauwörth fließen. Dann würde es weiterhin sehr, sehr gut laufen, aber der Mehrwert für die Region, der hätte sich erledigt. Und das ist natürlich weiter und deshalb ist es auch ein wichtiges Thema, weil es sinnbildlich zeigt, welche Herausforderungen wir da haben im Steuerrecht. Dann würde natürlich weiterhin vor Ort die Stadt Donauwörth die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dann würden weiterhin die Menschen im Norden von Baires Schwaben ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Dann würde das Einstellen 500 neuer Köpfe natürlich im grassierenden Fachkräftemangel weiterhin dem Mittelstand vor Ort das Werben um gutes Personal schwer machen. Also all diese Effekte, die wären nach wie vor da, aber der positive Mehrwert des Ganzen, nämlich die Wertschöpfung vor Ort und die Gewerbesteuerzahlungen, die würden entfallen. Es käme sozusagen zu einer Entkopplung derer, die den Erfolg von Airbus möglich machen in Donauwörth mit Infrastruktur und Personal und dem Erfolg ja der Wertschöpfung, die da entsteht, auf der anderen Seite. Und das halten wir weiter als freie Wähler, die wir ja immer auch ein bisschen der politische Arm der Regionen im Freistaat sind und die wir uns freuen, wenn man nicht im Münchner Speckgürtel nur wirtschaftlicher Erfolg zu Hause ist, sondern beispielsweise in Donauwörth bei den Hubschraubern bei Airbus im ländlichen Raum. Das würde natürlich dazu führen, dass sozusagen ja dieser Mechanismus ausgeblutet werden würde, dass der ländliche Raum als solcher, der diesen Erfolg möglich macht, nicht mehr profitieren würde von diesem Erfolg. Und deshalb halten wir das für eine Fehlentwicklung und versuchen da eine gute Lösung zu finden, nicht nur für die Stadt Donauwörth, für die das natürlich absolut existenziell ist, sondern auch ganz grundständig im Hinblick auf solche Steuerfragen, weil wir der festen Überzeugung sind, dort wo Wertschöpfung erwirtschaftet wird, dort wo Infrastruktur verfügbar gemacht wird, dort wo die Menschen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, dort in den Regionen soll auch die Wertschöpfung generiert werden, soll auch der Mehrwert über die Gewerbesteuern entstehen. Und deshalb gab es denn, das war der zweite Teil deiner Frage, Walter, jetzt dieses Spitzengespräch zwischen Huber Dallwanger als bayerischem Wirtschaftsminister, dem Oberbürgermeister Jürgen Soré aus Donauwörth und mir. Da haben wir gemeinsam überlegt, wie wir mit dieser Frage umgehen, wie wir gute Lösungen finden können. Die einfachste, die beste Lösung, Walter, wäre natürlich, wenn die Ampel in Berlin endlich Voraussetzungen schaffen würde, unter deren auch diese Defense-Space-Sparte von Airbus wieder erfolgreich arbeiten könnte. Dann müsste man sich fragen, wie ein Donauwörth nicht mehr stellen. Dann wäre auch die profitabel und dann wäre sozusagen alles gut. Aber solange das und wenn das nicht der Fall ist, würde in zwei Jahren dieser Effekt durchschlagen, würde die Stadt Donauwörth, obwohl es vor Ort suchbar läuft, keine Gewerbesteuer mehr erhalten. Und dann braucht es natürlich eine Lösung und deshalb weiter wird es jetzt ein weiteres Spitzengespräch geben. Huber Dallwanger hat zugesagt, auf die Konzernspitze von Airbus zuzugehen, sich da persönlich einzuschalten als bayerischer Wirtschaftsminister und sich auf den Weg zu machen zu einer Lösung, bei der nicht Gewinn auf der einen Seite und Infrastruktur und Aufwand auf der anderen Seite voneinander entkoppelt werden, sondern zugunsten einer Lösung, bei der die Wertschöpfung, die vor Ort generiert wird, auch vor Ort bleibt. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir da am Ball bleiben, wir das, was da geplant ist, noch abmildern können, ja dafür sorgen können, dass es da eine gute Lösung gibt, sodass es nicht nur Airbus-Helikopters weiterhin hoffentlich verdammt gut geht, dank der hervorragenden Arbeit, die die Menschen dort in Donauwörth am Standort leisten, sondern dass auch die Stadt Donauwörth, dass auch die Region, dass auch der Norden Bayerisch-Schwabens den damit verbundenen Mehrwert zu Hause vor Ort in dieser Region heben kann. Das ist unser Ziel, Walter, und dafür setzt sich jetzt auch der bayerische Wirtschaftsminister, dafür setzt sich Hubert Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident persönlich ein. Soviel, lieber Walter, zu deiner Frage in der gebotenen Komplexität und wenn ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer, postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde, uns wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion, frag Fabian.